Ähm, ich habe mir überlegt, man kann ja so eine Show nicht anfangen, ohne dass man ein Signet hätte. Darf ich dich bitte auf drei das Signet starten? Eins, zwei, drei. Okay, jetzt haben wir angefangen. Guten Abend. Die Dame hier ist eine gebürtige Luzerner. Sie heisst Tara Furrer, Safu und macht Street Art. Wie kommt das eigentlich als so eine junge Frau einen Stil präferiert oder bevorzugt, der schon 100 Jahre älter ist als Sie? 120 Jahre? Ja, also es hat sich eigentlich entwickelt, seit ich vierjährig bin, dass ich eigentlich immer die Stifte in die Hand genommen habe, Markus oder irgendwas gezeichnet habe. Ich mache jetzt mal Folgendes. In der Fachsprache nennt man ja das Teasen. Und ich würde jetzt vorschlagen, wir haben so viele Teasen, dass du jetzt mal hier vorschlagen anfangen zu arbeiten. Ich nehme dir jetzt einfach mal ein Mic weg und komme zum Juan Rossoff. Du hast sehr oft Touring in France, seit 25 Jahren angefangen. 25 Jahre. Wie hast du angefangen? Bad. Bad? Nein, ich meine nicht in der Qualität. Ich meine nicht in der Qualität. Ich meine nicht in der Qualität. Ich spreche nicht über die Qualität. Ich spreche über die Touring-Konditionen. Die Touring-Konditionen. Also, gib uns ein kleines Glimpse. Was war hier? Was war die Daily Live? Hey! Good evening. Miss Hall, good evening. Have a seat. We were just talking about his start, the start of his career. Ah. And he said it started very badly. Oh. Yes, at that time we played in our country. Entschuldigung. Mein Deutsch ist nicht zu viel gut. Nicht gut zu viel. Ah. So. We were playing in our beautiful country, which is France. And nobody liked our style there. And at that time maybe France wasn't ready for it. Let's check the crate. I suggest you're gonna pick three records. And I'm gonna have a chat with our wonderful Mel. Um. Born on the 4th of July. Boom. Ah. It's Independence Day. It is. It is. My mom definitely saw her own fireworks that day. She thanks me for them every year. I had a few wild birthdays. Give us some details, please. Um. One time. One time my parents went away. So I had a big party at the house. How many people? 65 people. 65. Yeah, I did. Hell yeah. But nothing broke. We were all very responsible. 18 year olds. Yeah. It was fun. Lots of fun. And what did you do with 65 people? I mean. You know what? We did lots of things. Some people were outside. Some people were um. Reading. And um. Studying. Math. What kind of thought is that? And just having a discussion about. About literature. And fine arts. Yeah. All of those things. There's a strange link. Like in the number 8 also. Like if the unconscious of the human being brought this number in relation with the night. Because we say. 8. And we say night. We say 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 8. We say night. And we say 8. It's an incredible thing. That's. This is very close to a puzzle. My god. That is a gentleman. And if you want. I can tell you about 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 also. Mel. Yes. It's the birthday gift. We have. Marvin Gaye. Marvin Gaye. Yeah. I like this album. And I felt like this was such a very powerful, powerful piece of music here. This album. So it means he's a role model in a way. Oh for sure. Marvin Gaye. I mean definitely I've got the Michael Jackson. I see the Stevie Wonder there. Thank you. You both choose Stevie Wonder. We have good taste in music. Yes. See. Do you play piano? Very bad. Do you play guitar? Kind of bad. Okay. So my idea was maybe you're going to play just a little tiny piece out of one of these out of these two records together. You're on the guitar and you're singing. Okay. Well you sing a cappella. I can sing a cappella. Okay. And you can sing a cappella as well. I follow the girl. Okay. So. I like that. He said I follow the girl. Oh yeah. And you can sing a cappella. That's why I'm singing. Oh, yeah. Oh yeah. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Ich bin in meinen Troubles. Aber es ist so viel genug. Das macht mich zu schmerzen. Ich bin auf meine Füße. Great! Wir sind so großartig. Wir müssen den Publikum zeigen, was wir gemacht haben. Es ist brillant. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. So, die Füße. Sie werden heute Abend spielen. Ich habe hier einige Tickets. Wow. Wer wird die E-Gitarre spielen? Jeder möchte jetzt spielen. Ich bedanke mich herzlich für das Kommen. Wir haben ein schönes Blumenhaus-Festival. Ein schönes Wochenende. Eine gute Sonne. Danke. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Tschüss. Tschüss.